Hey, da bin ich wieder. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr von mir hören lassen, weil ich nämlich irgendwie Zahlbereitungen zu treffen hatte. Ich bin nicht zu Hause, wie man sieht. Die Rückwand ist anders. Ich bin nämlich in Taiyuan. Das ist die Provinzhauptstadt der Provinz Shaanxi. Und ich besuche hier gerade ein Museum, das Kunstmuseum der Provinz Shaanxi. Und zum Bereichsrichtig, kommen wir aber um. So, wie man sieht, ist das tatsächlich China. Unglaublich. Na gut, das ist natürlich ein altes Gebäude. Der Bau selber ist aus der Ming-Zeit und wohl in der Ting-Zeit erweitert, wie ich den Prospekt entnehmen konnte, was es am Eingang gab. Deswegen sieht das hier auch noch alles so aus, wie man Klischee-China auch gerne mal kennt, wenn man jetzt nicht die tollen, super abrufvollen Hochhäuser aus dem modernen China kennt, wie sie in Shanghai herumstehen oder in Peking an den zentralen Straßen, sondern, naja, wie auch immer. Ich bin nicht nur hier, um euch zu sagen, dass ich in China bin, sondern ich will euch auch ein paar Sachen zeigen aus dem Museum. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz so viel Interessantes gefunden, aber zwei oder drei Sachen zeige ich euch doch.